Das ging schon eine ganze Weile so. Sie hatte seit einem halben Jahr Magenschmerzen. Und ihre Mutter, die spinnt total. Die hat sie zum Kinderpsychologen geschickt. Das musst du dir mal vorstellen. Sie hat gedacht, die will sich vor der Schule drücken. Und naja, nach der Gastroskopie, da mussten wir dann drei Tumore entfernen. Aber es war schon viel zu spät. Weißt du, ich verstehe das alles nicht mehr. Wenn du erstmal auf der Inneren bist, dann ist diese ganze Scheiße vorbei. Lehrjahre sind eben keine Herrenjahre. Ich kann es nicht. Ich kann mir den Job nicht machen, okay? Das fährt dir nach neun Jahren aus. Gehst du spazieren? Ja, ich gehe jetzt immer um diese Zeit noch ein bisschen spazieren. Ich auch. Ich gehe jetzt auch viel öfter spazieren als früher. Am liebsten schon ganz früh morgens vorm Aufstehen. Äh, ich meine nach dem Aufstehen. Also vorm Frühstück. Ich kann mich aufstehen. Ich kann mich aufstehen. Hallo, Papa. Hallo, Papa. Lea, ich liebe dich. Nein. All du liebe ist Bevis und Overtension. Ich kann das nicht mehr. Ich bin so tired von der All-One-Out. So, was ihr zu sagen? Ich werde jetzt gehen. Ich bin so tired. Ich bin so tired. Ich bin so tired. Untertitelung des ZDF, 2020